Hat mich erregt. Bin ich einmal an Land, zieh's mich stets an denselben Ort. Pack' mich die süße Sehnsucht nach dem rauen Ton an Bord. Das selbstständige Denken... Ach du liebe Zeit, der sieht ja Fabelien aus. Ach der sieht ja schön aus. Gestrandete. Alle sehen. Und dann geht's schon wieder mal an Angeln. Mitgeworfen. Was ist denn das für ein Milieu? In das Kloster, Brüder? Die sehen aus wie Räuber. Piraten? Irgend so was. Die sitzen in irgendeinem Kloster, im Keller und saufen. Da möchte ich bei sein. Oha! Finnearten gibt's auch. Oh, das hat mir ja wehgetan. Auch die Mädchen können bechern. Das geht ja nur ums Saufen, ja. Das ist lustig, ja? Sag doch, wo das kriegt. Du, 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 du ... Oh, Ruhe. Ist das schön. Das war ja eklig. Super! Unterhaltsam, originell, lustig, na sag mal. Das merk ich körperlich. Hat mich erregt. Erst mal verdauen. Die Musik konnte man ja. Das war ja nicht schlecht. Aber diese Typen da? Turchterlich. Die waren ja so zurechtgemacht, ja. Das hoffe ich jedenfalls. Der kommt jetzt noch eins, ja? Ich bin wirklich gespannt, ob das auch was Fröhliches ist. Schon als Schlitzjunge hab ich meine Seele verkauft Für ne große Puddelrum mit drei Xen da rauf Hier haben wir. Und ich bin im Wasserradmeer, da würde ich mich auch sauber fühlen. Aber immer noch mit der Zahnbürger. Ach, die sehen überhaupt so aus. Die liebe Zeit. Richtig Seeräuber, Seemänner. Wie siehst du hier? Die sind ja gut drauf. Und die guckt dich in den Haaren? Na, das ist der Junge. Das kenne ich ja aus dem Fernsehen. Der ganze Saal klatscht. Ich bin blau wie das Meer, voll wie unser Ladelau. So blau wie das Meer. Wie siehst du hier und saufen? So sehen die aber auch aus. Mann, ich kippe eine Wehre. Die heizen denen ja ein. Ich friere, wenn ich die sehe. Ja, das ist eben 2017. Da geht das Publikum so mit. Also, da finde ich auch ein Bild zu dem Konzert, ja? Das kann man sich schon anhören. Die singen von dem Leben, wie es sich da abspielt auf dem Schiff. Macht ja viel Arbeit. Die müssen ja schrubben machen und tun. Aber saufen tun die auch hier noch. Die versaufen noch ihren ganzen Verstand. Ist immer zu primitiv, muss ich ehrlich sagen. Das muss ich nicht haben. Ist nicht flach. Es ist einfach ein lustiges Liedchen. Man muss auch mal lustig sein können. Das ist so eine Gelegenheit. So ein bisschen übertreiben, so nach Seemannsgarn-Art. Junkie oder weiß ich, wie sich die Lieder nennen. Chanties. Mein Geschmack, ja. Ich würde es zwar nicht vernaschen, aber es ist mein Geschmack. Ihr könnt weitermachen, ja? Sag ich. Ich habe ihn gerade gehört. Mr. Herli und die Grünveraffen. Grünveraffen. Grünveraffen habe ich noch nicht gehört. Aber bitte schön. Dann passt gut dazu. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Guckt euch das doch mal an. Könnt ihr auch Rude gucken machen mit anderen. Wir würden uns freuen über euer Urteil. Ich bin neugierig auf euch. Abonnieren, abonnieren und Tschüsschen.